warum das habe ich auch nicht verschaffen markus was ich nämlich ich bin bei not ich habe was gegen panzer nichts was hilft bei jama sando ja ich gehe ich gehe unseren zu unserem sand hier im wechsel wieder auch die raven ja also vielleicht ist nur ich bin gerade dran muss ich muss immer braucht doch nicht wechseln so wie er mit dem russ von obermöchung es ist ein restaurer ja also in a very nice like a lot of the world around material labs uh... das geht mit mir ich brauche muni ja wo bist du da hinten hat er gerade gesagt futu du bist du pitt und vielleicht hat er recht jetzt brauchst du auch nicht sagen ja zuerst nichts sagen und dann ja wir den chef beleidigen erst mal einsteigen der waschen richtig fahren irgendwo irgendwann fängt das leben immer an aber ich glaube nicht dass er richtig fährt weil unsere weapon drei stationen weiter ist wird dann brauchen wir noch mal überhause aber was lief er ist sie ja so wo geht es hier ein fahrzeugthermal Prozent so kurz weil ich sie keins durch der teleporter wo ist der weiß nicht wo der geht das war vielleicht muss er dann und dann müsste irgendwo eine Panzerstation sein ja rechts rum jetzt halt diesmal wirklich rechts 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 also ich gehe mal wieder vor und du ziehst sie und dann sammelst du mich in oh Mist ah da habe ich vorbei Waffling ist zwei da komme ich du kannst mich ein bisschen lenken so mit karte wo bist du links links die straße lang und dann immer geradeaus und jetzt warst die strecke war geradeaus und jetzt warst die strecke war geradeaus ja brutal schön ok wir haben die base verloren wenn wir kurz aufhören da gibt es eine karte am frostfall aufhören was ist frostfall wo ist frostfall wo ist frostfall es braucht 30 Sekunden auf der Kapp und wir müssen uns zu defend ok also vorstvoll marcus also die straße immer weiter und noch weiter das land ist also wir machen verlegen ich verlegen mich jetzt es lockt mir auch scheiße es hat er mich bald eingeholt also man sich verlegt ja ich habe gesagt wir verlegen scheiß es haben wir verloren warum kann ich hier nicht sporen bei geologica warum das habe ich auch nicht verschaffen marcus was ich nämlich ich bin bei not warum braucht man für die geschütze beim battle san die in schieß ich verstehe es nicht also ich habe keine ahnung ich steigen aus und reparieren ja aber dann können sie nicht gleichzeitig schießen ist doch behindert dann ich fliege marcus du brauchst nicht warten ich fliege wenn sie aussteigen zum reparieren dann ist es ja für ein arsch dass sie überhaupt geschossen haben dann nein dann erst den gegner weg und steigen dann aus er werden sie schießen sollen sie ja nicht aussteigen und es kann ich machen wir machen einfach mehr schaden das war ja gut ja es wird bestimmt ausgeklügeltes system dahinter stecken deswegen oder auch nicht ich habe keine ahnung so bin ich hier richtig gibt es hier ärger und auch plattoon wie von ich habe ich meine eigene frage doch die hände ich bin auf meinen eigenen wegfunk geflogen ja was mit mir gefahren wärst du jetzt da alter was da los ist jung was machten ihr da jetzt sollte kaputt machen wird nichts durch doch das war eine gute Idee wir gehen mit Leuten die alle die wir haben zurück ans Wort geht kommen wir eigentlich die drüber aber ein mit mit trocken gleich dahinter wir brauchen die trocken mit einer Galaxie und sie hier drauf wo Arschgeigel brauchst nicht reparieren wollen ich hab ich kaputt gemacht er hat der Chef ist wieder in der in der rückwärter die europäische aus aber ich glaube die gar nicht sie wird vor der dritte und alle gelacht der auf das haben sie kommen ich komme mit dem abgebot gehen ... aber es hat nicht gelangt. Ja, gut, so. Also, ich komme auch zurück. Ich habe auch C4. Aber meine Idee wäre halt, dass die Galaxie durchfliegt und den Punkt uncaptured. Ganz einfach. Dann müssen sie zurückziehen. Ich verstehe nicht, warum man immer in die Gefechte reinspringen muss. Dann musst du einfach die Gefechte umgehen, wenn sie sich schon so stark aufgebaut haben. Meine... Okay, Sony, das hier, wenn du einen Gauss holst, dann kannst du nur 200. Ja. Das ist eine Galaxie, wenn nicht verkehrt, ne? Eine zumindest. Hier, Munition! Ja, ich werde es gerade ziemlich gut machen, den in ihre Panzer auszuschalten. Die Leute sind hier in der Webkate mit dem C4. Gehen sie, wo sie gehen können. Und dann nehmen sie das mit dem C4. Ja, meine Damen und Herren. Ich habe eigentlich keinen C4. Ich gehe jetzt in der Galaxie, wo sie gehen können. Ich habe die Tankmine und ich habe den Schmuck. Das funktioniert auch. Okay, also gehen wir zu den Wegpunkten und wir fallen uns da hin, und wir gehen runter und töten sie alle. Ja, aber lassen wir uns mal überraschen, zur Not ist Sven Scholz. Und heute haben wir nicht gut genug gearbeitet. Mit zwei Schuss sind wir abgestürt. Wer hat es? Wir sind explodiert hier. Ja, sag ich doch. Die werden es eh nicht schaffen. Wir sind von eigener abgeschossen. Ich glaube, der wurde jetzt eh gesperrt, weil er so viele gekillt hat. Soll ich eine ziehen? Soll ich fliegen? Der Fahrer ist ausgeschickt, das ist auch ganz ungünstig. Warum auch immer das Ding aus? Okay, also gehen wir zurück in diese Galaxie und wir versuchen das wieder. b Bueno, wir sehen uns dann wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal.